Also, der Name ist Industrie 4.0. Es geht in der Verbrauchung, den neuen Wege der Industrie, vor allem Zeitung zu wählen und spricht mit den neuen Technischen Chancen. Ein großes Dankeschön an Robin und Julian, unsere Teilnehmer bei den Euro-Skills von 22. bis 26. September in Graz. Sie haben uns ein bisschen Einblick gegeben, wie sie die letzten Tage vor dem Wettbewerb nach Afrik trainieren. Deswegen Robin, Julian, go for gold! Haltet gut durch die Tage des Wettbewerbs und ich freue mich, wenn wir gemeinsam feiern können. See you in Graz!